Wettbewerbsfieber in der Bundeswettbewerb Und wir hatten so in den Regionalwettbewerben als Musikschule 30 Schüler, die gestartet sind, 15 konnten sich dann zum Landeswettbewerb qualifizieren und von diesen Schülern haben sieben Schüler dieses Jahr die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb bekommen. Und die werden natürlich jetzt mit richtig tollem Elan auf den Endspurt zugehen und das ist zum einen eine Gesangssolistin, das ist ein Bläserquintett und das ist eine Akkordeonistin, die in einem Trio mitspielt. Und den Schülern drücken wir die Daumen, sie fahren nach Zwickau in diesem Jahr und werden Teil der großen Jugendmusiziertfamilie sein. Und dort haben sich innerhalb von 150 Regionalwettbewerben, die bundesweit stattfinden und natürlich auch die deutschen Schulen im Ausland mit dabei sind, haben sich von über 17.000 Schülern mehr als 2.200 für den Bundeswettbewerb jetzt qualifizieren können. Und diese musikalische Spitze trifft sich in Zwickau. Es wird sicherlich sehr interessant, falls der eine oder andere zum Pfingstwochenende einfach mal einen musikalischen Ausflug machen möchte. Dort ist jede Menge los, sehr viel zu erleben. Schauen Sie einfach ins Internet, dort gibt es ein großes Programmbuch. Man kann dort einfach mit dabei sein, mitfiebern und viel schöne Musik hören. Und wir werden natürlich unseren Teilnehmern aus Mansfeld Südharz ganz toll die Daumen drücken. Hallo, mein Name ist Filin Erich. Ich bin 18 Jahre alt, singe in der Altersgruppe 5 und mache jetzt bei Jugendmusiziert mit. Gekommen zur Musik bin ich durchs Klavierspielen. Das habe ich angefangen mit 8 Jahren und habe eigentlich immer schon gern musiziert, schon als Kind. Und bin dann auch zum Gesangsunterricht gekommen bei Henri Bicchi. Bin ich seit zweieinhalb Jahren Gesangsschülerin und jetzt freue ich mich ganz neu hier bei Jugendmusiziert mitzumachen und freue mich schon auf den Bundeswettbewerb. Guten Abend mein Schatz, guten Abend mein Kind, guten Abend mein Kind, ich komme aufs Leben zu dir. Ach, mach mir auf die Tür, mach mir auf die Tür. Mach mir auf, mach mir auf, mach mir auf, mach mir auf die Tür. Mein Tür ist verschlossen, ich lass dich nicht ein. Ich lass dich nicht ein. Mutter, die red mir klug, wärst du herein mit Fug, wärst mit mir vorbei. Wärst mit mir, wärst mit mir, wärst mit mir vorbei. So kalt ist die Nacht und so heiß ich der Wind. So heiß ich der Wind, dass mir das Herz zerfriert, mein Lieb erlöschen wird. Öffne mir, öffne mir, öffne mir, öffne mir, öffne mir, mein Kind. Löschen dein Lieb, lass sie löschen nun, lass sie löschen nun. Er schenkt sie immer zu, geh heim zu bezogen. Gute Nacht, mein Kind, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, mein Kind.